ja ja genau, in der Meck halt da oben haben wir amerikanisches Frühstück gegessen, saugeil, einfach Rührei, Bacon, Bratkartoffeln und so'n Scheiß und zwei Kaffee und dann kam der Pülp einfach rein mit seiner Mutter und hat gefrühstückt Ich bin heute Morgen um 6 Uhr einfach ins Bett und hab bis um 1 Uhr geschlafen Behinderte, ey Hab' die ganze Zeit fallen für eine C7 gespielt Wir sind nachmittags in der Schule mit dem Segway rumgefahren, die ganze Zeit, zwei Stunden lang Hab' ich jetzt erstmal fast auf die Fresse gelegt, ich bin einfach so übelst Wegen was? Ja, weil diese komischen Dinger, weißt du schon, die wo man sich so vorlehnen muss um vorwärts zu fahren und zurück um rückwärts zu fahren Und dann, wir sollten da ein, wir sollten da so'n ultrasteiles Ding hochfahren und ich so, oh Vollgas Alle voll drauf, dann geht es hier hoch, dann geh' ich zurück und dann, oh Boah Als das ganze Ding da gedreht und dann kam er her, boah lol, pass mal auf Dann hang' ich schon so halb in der Hecke einfach Geil Macht's Spaß? Was ist das am Ding? Ha? Ha? Ob's Spaß macht? Ultra, aber ob's 8000 Euro Spaß macht, bin ich mir nicht sicher Hm Also wenn ich's übrig hätte, ne? Ja Wenn ich's übrig hätte, ne? Wenn ich mir alles kaufe Ja Ich mein, ich glaub für 8000 Euro kann man mehr Spaß haben Ja Als mit zum Ding mit 50 rumzufahren Ich Ich 8000 Euro, leck mich am Arsch, kannst ja alles machen Kannst die ganze Welt bereisen Einmal aber, mit dem Ding kannst du aber immer fahren, so wenn's nicht direkt geht Ja, 38 Kilometer Reichweite und musst dann 8 Stunden laden 8 Stunden laden Echt? Haha Geil, oder? Mach ich so nix Felix ist so ein dummer Hurensohn Hab ich mir gedacht, ich has ihn Ich hasse ihn einfach So'n Wichser Willkommen in der Kluft der Beschwörer Ja, pass auf Borderlands 2 Ich hab dann die ganze Zeit gewartet Dass der Felix auf unser Level kommt, damit wir mit ihm weiterspielen können Ja Und dann gestern Er so Oh, ich bin Level 24 Und wir waren die ganze Level 17 und haben gewartet Ja, jetzt stellt er mich an Ja, lol, level mal ein bisschen So die dumme Fresse halten, alter Jetzt hab ich schon gar keinen Bock auf Borderlands 2 Überhaupt nix Dann seid ihr gezockt, jaja, wartet mal auf mich Alles klar So ein Fixer, alter So ein Fixer So ein Fixer Ihr seid null und nix Und wir spielen einen, der nur Emote spamt, alter So was wir wieder Spotify beenden Sonst kackt hier wieder alles los Oh, oh, 10 FPS Was? Sieht voll cool aus Hä, haben die die Grafik nachgepatcht? Das sieht alles so HD aus Nein Nein Ich hab ja einfach schon Jahre nicht mehr doll gespielt Inarray Okay Ja Inarray 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 Deine Fresse Okay, jetzt ficken sie dich einfach Ich will mir gar nix Können wir Ja, helft mir nicht Gut, danke Oh! Schau dir mir! Die ganze Zeit kamen die da rum und Tick uns Hey, hey 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 KfK Will vorgehen in der Leveln frei sein Ja, halt, halt weg von den Creeps Hä? Oh, hab ich kein Level abbekommen? Oh, bist Ohhhh! Oh mein Gott! Das war... Ah, Kado! Hey, haben die den Jungle jetzt schon geändert, dass man... ...ein Level Up mit bekommt? Im ersten Moment? Was soll denn das denn? Das stand in einem Fettkopf irgendwo. Voll weit. Okay. Okay. Ey, wenn du da draufflickst, krieg ich ein Fett, ne? Echt? Ja. Pull. Tell me more. Ohhhh! Ich dachte, er wird noch einmal gepullt. Oh, ich... Ich hatte wieder zwei Mal angezogen. Ja, drei Mal. Ja, drei Mal. Oh Gott! Wir haben den Tod für dich! Mario ist der Kaffee Lanke an, oder? Ja. Ja, erhält zwar... ... das wäre... ... das hätte... ne... ... das hätte überlebt wenn ich mich da drin geklickt hätte. Ich hab Flash und E gleichzeitig. Du Wichser, man! Oh, ich glaub, Lee kommt gleich. Ne, doch, ne, das ist auch nicht so. Boah, jetzt sagte ich, du willst Lee, Alter. Voll Angst. Haben die irgendwo gewonnen? Puh, ne, ich glaub nicht. Oh, ich glaub nicht. Oh, oh. 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 Oh, der Skill Shot. Bin einfach tot. Nein! Damn! Ja. Jetzt sehen wir die ganzen Blübsglitter auf. Kann ich auch nichts machen. Jetzt habe ich so einen harten Goldnachteil. Komm, wir haben ein bisschen gleich aufhören. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin fort. Ich bin fort. Scheiß Ulti von dem, Alter. Hast du ihn? Waaaaat? Ich hole mich los jetzt schon. Ups. Ja, dann kaufst du eine Aegis? Kann ich. Aber wenn du ihn zuerst baust, dann baust du einen Rollberg und dann baue ich den Aegis. Egeis. Ich baue einfach mal. Oder? Ja, baue ich. Okay. Okay. Ähm. Pull red und dann... ...kommen. Ich kann hier auch holen. Oh, wie? Hä? Waaaah. Töss... Erpiss euch doch mal alle. Das sind alles so behinderte Hurenzöhne, das muss ich nicht haben. Was da? Fast gestorben. Ich dachte ich schaff die, aber ganz mal. Ich dachte, da ist die. Jetzt zeig ich mein Gott schon wieder mit. Ja. Ein Gegner wurde getötet. Das ist die. 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 Was ist das? Lüte, Lüte! Oh, schlitz! Oh, Cazarin ist tot, ich weiß nicht. Komm, ist er in Cribs? Das ist halt Ich bin bitten um Erlösung. Lies in die Flamme. Die Flamme! Der Sklaut! Oh! Oh! Und 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 Nein 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 Das war knapp Ein Gegner wurde getötet Ein Vergründeter wurde getötet Ein Vergründeter wurde getötet Klub Nicht nachgeben Nicht in die Schlacht Dir Schatten nah Das 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 oh aber frag mal nur rücken die da Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ich habe die Toten überwunden... Ausblend! Ein Verbündeter geht nichtcr verdadell an. Ja, das war's heller. Ja, wir sind in der E-Fuhr-Zunge. Ja, wir sind in der E-Fuhr-Zunge. Ja, wir sind in der E-Fuhr-Zunge. Alles nötig. Die E-Fuhr-Zunge sind in der E-Fuhr-Zunge. Und dann haben wir alle weg. Da oben Shen Ich meine noch? Oh, fuck! Scheiße, Bren Ich meine noch nicht Ich meine noch nicht Ein Gegner wurde getötet. Oh fuck, Alter Ein gegner wurde getötet feat way Das war's für heute. Die Schatten nahm. Die Schatten nahm. Das Graf. Die Schatten nahm. Die Schatten nahm. Die Schatten nahm. Das war's für heute. 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 Okay. Okay, I'll see. Das ist ein Wettbewerb. Halt Guck mal, Damage Nein Der macht aber auch der Nudge Ach, nur weil ich gestunt hat Doch Der macht aber auch der Nudge Der macht aber auch der Nudge Der macht aber auch der Nudge Wo warst du denn vorbei? Ich dachte, wir pushen den Tower Alter, hast du meine HP gesehen? Ich hab mich wieder gepusht Da abpushen wir doch Zwerg Die Schattenknauze Toll, der war da auch Die Schattenknauze Die Schattenknauze War einfach irgendwo gestanden Die Schattenknauze Die Schattenknauze Die Schattenknauze Die Schattenknauze Die Schattenknauze Das hat ihn im Knauze Aber in Über hinaus Dann hat er Die Schattenknauze Nein Ich hätte in irgendwelche Schattenknauze Ich habe den Tod. Was ist das? Ichi-chiii! Sie sind weg!